Weil die alle mehr im Haus gewohnt hätten. In einem Huckchen hätten die Menschen geschlagen und in der anderen Huckchen die Tiere. Ja? Wollt ihr euch mal vorstellen? Ja. Ja? 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 Und in einem Huckchen, da war Stroh an den Grund, da hätten alle bei Makake liegen und geschlagen. Ja? So ist das gewesen. Das war so ein Hotel. Das war doch das lustiger Werk. Die Menschen sind durchflexig. Omdat man wel gezellig zusammen ist und an der tafel eine maaltzeit zu benut. Auf der grond spielten wir nämlich als ihr etwas in den Mund. Dann kann man so gerust von der grond spielten. Darum sind auch immer Hunden. In ihrem Haus kommt Blasen auf seine eigene Achtklaut. Das ist festgeschroefd hier. Das wenn der Ritter vom Paak fällt, kann er nicht das Neck breken. Das ist ein Helfer drauf festgeschroefd, sodass sie vom Paak fällt nicht ihr Neck kann breken. Und hier auf der Seite die Hellebate von den Quantbusters. In dem den Esen kommt in den Dasen und das ihm dran können. Oder in den Natspen. Und dann kommt das ein Hunden, in den Hunden. Die Hellebate von der Winde, in den Hunden, 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 in den Hunden. 10, 11, 12 All die anderen dieren sind echt, die sind aufgesetzt, aber die hier nicht. Aber die sehen die echt aus. Lenny, der hat zwei, die saßen so auf Lennys arm, die waren dressiert, die waren zahm. Und? Da hat er ein bisschen, he? Betasten. Betasten. In jouw Soap kommt blazen of sein. Zijn taak was om onder andere de verse huiden te ontharen. Dit deed hij door de huid op een rondstuk hout te zetten en de huid te verhalen. Dat zijn combinaties voor hem dan, he? Dus vandaar dan, he? Hij intelligeert op andere manieren. Dus we kunnen doen. Dus gewoon, he? Hij had maar duizend haar rekenen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Had je bedient, jongen? Sinds gente? Sinds. Nu. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020